Utthita Subtavirasana ist die aufgerichtete, liegende Heldenstellung. Subtavirasana ist das gleiche wie Subtavajrasana. Du sitzt auf den Fersen und legst dich nach hinten. So bist du ein Subtavirasana. Von hier aus gib die Hände neben die Ohren und hebe Brustkorb hoch, hebe das Becken hoch und wandere mit den Händen Richtung Füße. Und so bist du in Utthita Subtavirasana. Eine wunderbare Stellung für Flexibilität der Oberschenkel, Hüften, Bauch, Brust und Schultern.